Wie wäre es mit einer Auszeit in den Bündner Bergen? Ich habe ein neues Ferienhaus in Bergün für euch, und zwar das Ferienhaus Cesa Orta. Es ist idyllisch gelegen im Albulatal in Bergün und ist super für Events wie Hochzeiten, Musiklager und Yoga. Dazu können noch die Heuscheine Talbo gemietet werden und die eignen sich dann super für das Event, neben dem Gruppenhaus, das Platz hat für bis zu 18 Personen, verteilt auf 10 Schlafzimmer. Das Ferienhaus verfügt zudem über einen grossen Garten, der auch als Spielplatz genutzt werden kann und im Hof könnt ihr und deine Gruppe Fussball spielen. Nach einem spannenden und guten Match mit dir und der Gruppe könnt ihr auch beide Grillen einführen und fein grillieren. Spass und Erholung ist da also Programm. In der grosszügigen Küche und dem Vorratsraum machen es auch super einfach für eine grössere Gruppe zu kochen und so können auch die Köchinnen und Köche sich noch entspannen am Abend und einfach nur das Haus und die Region geniessen. Wie schon gesagt, könnt ihr auf Anfrage die Eventscheine Talbo mieten. Das ist echt das Highlight von diesem Haus. Dort findet ihr eine Menge Platz für Kulturprojekte, Hochzeiten, Ausstellungen, Yoga und Meditation. Es eignet sich aber auch super für Musikproben. Da könnt ihr einfach kreativ sein, entspannen und Inspiration tanken. Diese Schiene ist aber nicht beheizt und so ist sie eigentlich nur geeignet im Sommer, weil es sonst einfach ein bisschen kalt wird. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen zur Region. Es ist, wie gesagt, im Bündnerbergörtli Bergün gelegen, im idyllischen Albulatal. Das ist das Dorf von Engadin und im Engadin kann man eigentlich alles machen, was so das Berg- und Sportherts begehrt, wie im Sommer, wie auch im Winter. Ihr habt zum Beispiel für Familien mit Kindern zwei kleine familienfreundliche Skigebiete, Tegts, Sinols und Darlux. Die beiden Skigebiete befinden sich direkt in Bergün und können vom Haus aus in wenigen Gehminuten erreicht werden. Weiter hat es in Bergün ein Freibad, einen Fussball- und Tennisplatz, eine Kunsteisbahn, Langlaufläupe, Schritteplisten und für den Sommer super schöne Wandermöglichkeiten. Was aber in Bergün auf jeden Fall Programm ist, ist Ruhe und frische Luft. Das wäre meine Information zum Ferienhaus Cesa Orta. Alle weitere Informationen und auch die Anfrage könnt ihr gerne direkt über unsere Homepage starten unter www.gruppenhaus.ch. Dort haben wir auch ganz viele andere schöne Unterkünfte, zum Beispiel auch über 200 weitere Angebote im Kanton Graubünden. Falls jetzt das Cesa Orta nicht genau das ist, was ihr sucht, schaut doch einfach mal vorbei. Ihr könnt euch auch sehr gerne bei uns melden, wenn ihr Fragen habt oder Inspiration braucht für die Haussuche. Da helfen wir euch sehr gerne dabei. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch nächste Woche. Bis dann, ciao zäme. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020